Jetzt ist die neue Herausforderung da. Ich freue mich riesig drauf. München ist eine fantastische Stadt und wenn ich diese Möglichkeit hier bekomme, dann ist natürlich klar, dass es umso schöner ist. Campus ist fantastisch. Das, was sie hier hingestellt haben, kann sich wirklich sehen lassen. Es ist erstmal eine Kennenlerntphase, dass die mich kennenlernen, dass sie ein Gefühl für mich entwickeln und umgekehrt ich für die Spieler und dann Stück für Stück immer intensivieren. In jeder Trainingseinheit will ich sie ein bisschen analysieren, studieren und mir ein großes Bild machen. Ich habe schon viele Sachen jetzt in den zwei Jahren Nationalmannschaft und in den Lehrgängen, wo ich meine Scheine gemacht habe, schon sehr viel mitnehmen können und versuche das natürlich jetzt umzusetzen auf dem Platz. Also ich glaube schon, dass ich das ein oder andere den Jungs mit auf den Weg geben kann. Wie schnell sie es umsetzen können und so, das wird man sehen, aber ich habe da wirklich ein gutes Gefühl. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020